Und ihr zwei lauft ums Haus mit dem Taser erstmal? Erstmal nur positionieren, die nicht da rein gehen. Ich geh rein und dann könnt ihr zuhören. Nein, die anderen sollen sich positionieren. Also hinten sieht momentan noch sauber aus. Ich suche ihm vielleicht nicht direkt aus. Darf ich mal dieses kleine Häuschen, was hier noch hinter der Pranker ist, abziehen? Hallo? Ja. Ja. Hallo? Hab ich eigentlich sofortige Schuss? Jemand da? Nein. Also Taser, klar, aber würde ich nicht hoffen, wir können den Lauf. Ja, von hinten werde ich irgendwo beschossen. Jetzt hab ich aber Schuss. Ähm, die haben nichts, keine Ansage. Weg hier! Alles klar, aber auf uns wird geschossen anscheinend. Keine Ansage, schönes RDM. Bist du tot, oder was? Schönen guten Tag, ich würde mir ja gerne was kaufen. Ja, keine Ahnung. Hier ist grad Schießerei, ich würde hier nicht hingehen. Also das war schönes RDM. Ja. 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 Ja.